Jo, was geht ab bei euch auf der Erde? Terrafox hier von der Erde. Und nun spielen wir ein neues Sonic-Fangame, und zwar, äh, Sonic Panics 2020 Sage Demo. Und, ähm, ja, hier unten steht zwei Gamepad, aber das funktioniert nicht, also müssen wir jetzt Tastatur ran. Haben wir hier erstmal zwei Acts, okay. Ich glaube, Space wird nun aus, genau. So. Okay, das Sonic macht ein paar Dehnübungen hier. Und wir sind jetzt hier auf einer Schneemap. Oh. Wir sind mit dem Badniks. Oh, die fliegen aber ganz schön durch die Gegend, die Badniks. So, ich guck mal, ich glaube, man hat nur eine Spring. Man kann hier noch so ein Bass-Out, glaube ich, heißt das hier. Okay. Okay, we милли. Die hat Sonic's for Kettensäge. Und, äh, kann die Badniks sonst in eine halbe Zeile z donc vermöbeln. Da! Die werden... Die werden... Zweigeteilt. Oh je. jetzt bin ich auf diese Plattformen und die sind ein bisschen kompliziert oh jetzt spawnen diese blöden Eisblöcke mitten im Weg kommt schon, stirbt so, in zwei Teile geschnitten auch ein lustiges Sonic Gameplay, dass man die Gegner in zwei Teile falbieren kann ja so spiel ist inspiriert bei von den Sega Genesis Spielen, das kann man hier glaube ich auch erkennen das ist der, in den Genesis Spielen, also Sonic Mega, äh in Europa, also Sega Mega Drive ein Sega Mega Drive Spielen, äh, angelehnt und, ähm, ja, man kann nicht so vermöbeln, aber auch uns zwei Teile halten äh, zwei Teile, ah, hat nicht geklappt, ich wollte es durchsägen, man kann die Bad Hacks hier durchsägen im Spiel, ist auch nicht schlecht manche Sonic Fan Games haben da so komische ja, Sonic Auxiliaria, also auch solche komischen Special Attacks äh, und ähm, ja hier ist halt die spezielle Attacke, dass man hier die Gegner das ist vorne, die man so in zwei Teile spalten kann ja, jetzt sind wir hier weiter, ne jetzt gehen wir einfach hier weiter das ist ein komischer Checkpoint, das sieht komisch aus malerweise ist da noch ein Stern drauf, oder so, wow, was ist das denn hier? Snowboard mhm, ein Monitor mit Snowboard erwischt das nicht schlecht wäre, wäre jetzt Ice Caps Zone komponiert von, äh, Michael Jacksons Team von Michael Jacksons Team, ja, die haben ja bei Sonic 3 ja mitgearbeitet oh, wir haben jetzt andere Musik ok das ist der beschissenste Bad Hacks, den es ein ganzes Spiel gibt dieser, keine Ahnung, wie der heißer ist das ist ein Bad Hacks, der ist, äh kann Schnee, Schneebälle spawnen, wie wenn man die berührt ist, man tot um Gottes Willen, jetzt kommen wir hier nicht hoch wo geht's dir lang wo geht's dir lang wow was ist das gerade eben, was hat uns gerade erwischt das war doch gar nix sowas aber auch oh nein so hier hoch auf die Plattform jetzt kommen wir hier wieder da, ja, ja, ja ach, da ist, das ist, die bleiben sogar stecken diese blöden Schneebälle wenn man die berührt, wie hier, dann explodieren die Oh, da ist ja wohl nicht zu fassen, ey Was ist das für ein Badnik Der ist ja noch schlimmer, als ich dachte Der ist noch schlimmer, als ich dachte Oh, Gottes Willen So, hier da, so Jetzt schießt er die ab Da jetzt spawnen wir zwei neu Ich wollte gerade springen, aber So, schießt die ab So, ja gut, so Das gibt's doch wohl nicht Spawn die hier neu Das ist ein scheiß Badnik, ey Oh, so Ah, jetzt haben wir ein Loch, das können wir hier durch Ich dachte, es will Nein, da ist schon wieder so ein Badnik Mit dem blöd Boah Ich dachte, es will, wow Was war das gerade für ein Move Okay Wir sind schon fünf Minuten dran Haben wir in guter Zeit Boah Und löst man Säge ich mal halb durch, so Hä Ist ja das Insta-Shield Also nie bin ich Verwender, aber hier dieses Okay, wir haben Wir haben den ersten Akt durch Snowist, Mountain, Storm, Snowstorm Boah Ja Mit der alten Animation Boah Jetzt gehen wir hier Das ist Act 2 oder was ist das jetzt? Keine Ahnung Ne Ist jetzt die Fangs-Teile In der Marvelous Queen Das ist ja auch Ich hab nachgeschaut, dass sie wieder sein Gefährt heißt Wow Sicher nichts mehr Okay Fängs-Sniper ist nicht auf unserer Seite Nicht so wie in Sonic Galactic Ja, das fängs-Sniper von unserer Seite Aber hier ist er unser Gegner Na, ist das Story Ich glaub, es gibt eine kleine Story Also es gibt Eggman hat die Chaos MOLs Die Time Stones Und jetzt müssen wir die Space Stones Ähm Sammeln Keine Ahnung wie Meine Güte So Und drauf Was sind das für Bad Nicks Wir mit einem Flammenwerfer Boah Komm Ey Lasset man direkt aus dem blöden Bett Grüner Spring Das gibt's doch wohl nicht So, jetzt hier drüber Und nochmal hoch Oh je Ah, das ist die Plattform gar nicht da Komm von oben runter Moment Das ist ein etwas schwieriges Level hier So Jetzt kommen wir hier wieder Das ist ein großer Springbampfer Na, wie heißen sie Die roten Springfedern Wie heißen sie Kannst du jemand Oh Tot Scheiße Wo starten wir Wir sind wieder am Anfang Ja, das ist ja toll Nein, 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 nein Wir sind wieder am Anfang Nein, 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 nein Oh Das ist irgendwie so Hoch Kommen wir als fängsers Sniper Kann man aber nicht erreichen Ich würde hier in diese Dinger Bomben Jetzt sieht man erstmal nichts Jetzt haben wir die ganze Stage voller Lava Und ja Kannst du mir in den Kommentaren schreiben, wie diese Springfedern heißen Und die man Ja, wie sie heißen Bumper oder so Aber Sicher bin ich mir nicht Toll Feuer So Zwei geteilt Oh Und wieder diese Plattform Einfach nicht So Sind wir oben Ja Ja, das hasse ich Wenn wir wieder von vorne anfangen müssen Hier kommt hier Badnik Oh, nein Wieder reingelaufen Wieder reingefallen Jetzt kommt der Badnik Oh Ich hab's geahnt So Hoch Immer weiter hoch So weggekickt So Jetzt gehen wir hier lang Jetzt bräuchten wir einen Checkpoint Jetzt wäre ein Checkpoint nicht schlecht Da ist der Bumper Oh Kaputt Wenn man fällt Dann ist man wieder tot, glaub ich Brauch'n Checkpoint 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 Mach'n Schild auch gut Aber ein Checkpoint Wär besser Checkpoint Scheißdreck nochmal So Ey Ich muss das Ding Dann hochgehen, wenn ich springe Das war jetzt nicht vorhersehbar sowas Ah, Checkpoint, da ist einer Ja, sehr gut So haben wir einen Jetzt laufen wir in die falsche Richtung Keine Sorge, wir sind jetzt wieder auf der richtigen Weg Ah Wieder Badnik So, und zweigeteilt Wie die extra Brutalen unter uns Kann man die Badniks jetzt auch zweiteilen Die Brutalen unter uns So So, Badnik Äh, roter Flickie kommen raus Roter Flickies So haben wir im Lieder im Flickie hier auch schon leider nicht mehr gesehen Normalerweise sind sie ja blau Aber Ja Verdammt nochmal, da war doch nix War doch nix So So Was willen Ist hier wieder Badniks hier unten Ecke Und diese schwimmenden Dinger sehen aus wie Badniks sind, aber keine So Den will ich zwei teilen Aber auch nicht Lassen wir das mal hier so 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 Sind wir hier wohl in Amphos Wow Wow Oh, wie ich diese Stellen hasse Alter, da ist eine Plattform Scheiß und Dreck Wo starten wir Bei dem weiten Fernen Trackpoint Ja, toll Sind wir hier Müssen wir den ganzen Wegchen laufen Bei so einem Ansatz Wo wir entlang müssen So Zwei teilen Ha Nachtspaß Das Die Badniks Zu spalten Ja Die Badniks Oh Der So Sooo Oh, das geht ja auch schnell Ah, das Schild nehmen wir noch mit So, ihr Vorhofer war Hier drauf Gehen wir doch mal rechts Gottes Willen So, jetzt springen wir hier hoch Ja, die Dara kommt, sie sehen's Und jetzt hier ist schnell hoch Jein Nein, nein Ja, drauf, so schnell Auf die Plattform Auf die Plattform, auf die und jetzt auf die Und jetzt auf die Oh, jetzt auf, ich hab keine Ahnung wo jetzt hinlaufen Nein, jetzt auf uns der Cratch Scheißdreck Wir zoomen So Aber ich glaub wir haben kein extra Leben Scheiße Ist doch Fangle aber Megaspit Okay, der Link steht in der Videobeschreibung, wie immer Jetzt sehen wir hier wieder das Intro Fangle Sniper Ja Mit Sonic hinterher, wir machen noch eine Pose Viel Glück in meinem Jahr Ist ja immer Ist ja jetzt vorbei 2020 Jetzt In 2021 weiter Und ähm Ja, vielen Dank für's Zusehen Und wir sehen uns im nächsten Video Ciao 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 Ciao